Scheiße. Ich war... Im kurzen Moment war ich etwas erschrocken. Ah, um... Puh. Okay, das ist in Ordnung. Zu ihrem Glück ist Rose nicht mehr hier. Das ist Rods alter Revolver. Der Lauf raucht noch und der Geruch nach Schießpulver sticht wie Nadeln in der Lunge. Ich lasse den Revolver lieber hier. Rose hat die einzigen beiden Kugeln darin sowieso verschossen. Ich glaube, diese Bastarde haben gerade ihre letzte Runde gespielt. Geld. Ich kann mir nicht helfen, aber ich denke, sie haben es verdient. Auch wenn das ein Gedanke ist, der dem Jäger sicher gefallen würde. Klar. Geld. Krappsch. Wo ist eigentlich das Geld, was wir denen gegeben haben? Nur ein paar lausige Münzen. Sie sehen nicht aus, als wären sie viel wert. Nur ein paar Pennys. So, aber der Generator, wer es vorhin gesehen hat, hier ist ein Loch. Da ist Wasser drauf gelaufen. Auf den Generator. Verdammt. Was passiert, wenn Flüssigkeiten mit elektrischen Geräten in Kontakt kommen? Das Wasser hat ihn vollkommen zerstört. Ich möchte wahnsinnig werden. Nein. Das Wasser hat den Generator in einen großen Haufen Schrott verwandelt. Warum sollte ich ihn in dem Zustand mitnehmen wollen? Weil ich es dir sage, Michael. Oh. Aber was zur Hölle? Schon wieder so ein Bild, das sich wiederholt. So eine Zeitschleife. Nein. Rose. Du bist nicht. Nein. Das ist Rose, die wieder ihre Zuhälter tötet. Aber irgendwas ist diesmal anders. Diese Zeitschleife fühlt sich viel realer und intensiver an. Wir können den da wegnehmen. Wir können den Generator da wegnehmen. Wir können jetzt in diese Vergangenheit eingreifen. Ist das, was wir müssen? In die Vergangenheit reisen? Der Tank hat keinerlei Legs. Daher ist auch kein Wasser darauf getropft. Es ist unglaublich. Aber der Generator funktioniert wieder. Nein. Ah! Ah! Verdammt. Ich brauche zu lange, um die Kabel abzutrennen, die den Generator mit dem Van verbinden. Ich kann ihn nicht in Sicherheit bringen, bevor ihn das Wasser kaputt macht. Wie wäre es denn damit, wenn du denn in der Gegenwart... Also da sind die Kabel ja auch schon dran. Ähm. Zu spät. Jetzt abzudecken wird... Alles klar. Okay. Ja, nee. Ist okay. Dann warten wir auf die nächste Schleife und dann packen wir den Generator ein. Boom, baby! Okay. Das ist ein Golf. Diese... Diese Illusion kommt auch irgendwie in einer anderen Form. Die sieht anders aus. Nein. Rose! Du bist nicht... Peck ihn doch mal ordentlich ab. Nein! Ah! 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 Ich brauche zu lange, um die Kabel abzutrennen, die den Generator mit dem Van verbinden. Ich kann ihn nicht in Sicherheit bringen, bevor ihn das Wasser kaputt macht. Ah! Verdammt! Er ist kaputt! Was hat dieses... Das hat nur gereicht, um die eine Seite des Generators anzudecken. Boah! Ey! Das kann nicht euer Ernst sein! Ey, was sind die Entwickler denn? Scheiße zu einem! Was soll das denn? Jetzt muss man sich echt noch was aus den Fingern saugen, um an eine andere verkackte Plane oder sonst was zu kommen. Was soll das? Können wir da rein? Nein! 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 Tschüss dich! Nein! Nein! Manchmal. Pass auf, ich probiere jetzt was. Dies ist ein alter Trick. Trick 17. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber so wie das Spiel hier drauf ist, kann ich mir das gut vorstellen. Schrauben. Ich werde sie problemlos lösen und die Leinwand mitnehmen können. Schrauben lässt er da. Das ist die Leinwand, die ich als Hintergrund bei den Fotoaufträgen in meiner Wohnung benutzt habe. Und sie sieht wasserdicht aus. Alles klar. Huch, nein. Also... Möchte ich ja nichts sagen, ne? Aber... Diese Entwickler... Können froh sein, dass ich nicht zu denen nach Hause komme. Das ist doch irgendwie wahr. Also ich muss jetzt warten, bis das... Bis das jetzt passiert hier wieder. Geh schon mal hier in den Marken. Bisschen schneller. Eieieieiei. Aber wegen, dass das mit den Münzen funktioniert. Da kommt aber hundertprozentig auch nicht jeder drauf. Diesen Trick muss man schon irgendwie kennen. Nein. Rose. Du bist nicht. Nein. Na komm, schieß. So. Wir können die Vergangenheit also verändern. Jetzt auf einmal, aber wir können anscheinend die Vergangenheit verändern. Und den Generator stecken wir dann einfach so in die Tasche. Natürlich in den Koffer. In den Koffer, den wir auch immer dabei haben. Schläger, Bustür. So. Der Raum müsste jetzt noch düsterer und morbider wirken als vorher. Ich geh da nicht mehr hinein. Liebe Rose. Aber wenigstens. Konnte sie es selber tun. So. Jetzt haben wir einen Generator. Und jetzt möchte ich wieder Fortschritte haben. Denn, wie wir alle wissen, Fortschritt bringt uns weiter. Und nicht in die Apokalypse. Ich hab den Generator, Chris. Großartig, Michael. Ich wusste, du würdest das schaffen. Ich starte kurz den Computer und schau mir den Bericht an. Als Chris den Laptop hochfuhr, entschied ich mich, die Füße für einen Moment hochzulegen. Ich war erschöpft. Mein Verstand versuchte, einen Sinn zu finden in den letzten Stunden meines neuen Lebens, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen. Die ersten Stunden nach meiner bitteren Geburt in diese neue Welt. Aber wie kann ich die neue Welt verurteilen, wo ich mich kaum noch an die alte erinnern kann? Das Einzige, was ich sicher wusste, war, dass wir auf dem Weg dahin etwas Wertvolles verloren hatten. Das Foto unseres Lebens hatte sich über Nacht in ein dunkles, verwischtes Zerrbild verwandelt. Die gesamte Zivilisation war in der großen Welle ertrunken. Und alles, was am Strand angespült worden war, waren ihre Überreste. Aber nein, ich mach mir selbst was vor. Ich war schon vor der Katastrophe verloren. In Wirklichkeit haben alle anderen Opfer der großen Welle mehr Glück gehabt als ich. Sie träumen immer noch davon, zu ihrem Leben zurückzukehren. Meins ist schon vor langer Zeit zerbrochen. Gibt es wirklich eine Chance zurückzubekommen, was ich bereits für immer verloren habe? Welche Macht, welches Wunder könnte mir je eine zweite Chance geben? Michael, wach auf! Was ist passiert? Der Bericht, Michael, der Bericht. Ich bin ihn durchgegangen, während du geschlafen hast. Er ist unglaublich. Er übersteigt meine Erwartungen bei weitem. Du denkst sicher, ich bin wahnsinnig geworden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie wäre es mit dem Anfang? Okay. Es ist der Punkt der Toten-Synchronizität. Das gesamte Universum verändert sich. Und wir werden es miterleben. Wir werden seine Zeugen sein. Und seine Opfer. Zeugen? Opfer? Wovon zur Hölle redest du da überhaupt? Punkt der Toten-Synchronizität? Es ist schwer zu erklären. Du bist Fotograf, also lass mich dieses Beispiel verwenden. Stell dir das Leben einer Person vor, in Fotos festgehalten. Bis jetzt und im Einklang mit den Regeln, die unser Universum beherrschen, waren wir alle gewissen zeitlichen Regeln unterworfen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das war alles, was es gab. Also würden wir als erstes ein Foto der Person als Neugeborenes finden. Dann ein weiteres am sechsten Geburtstag. Wieder eins an der Hochschule. Und so weiter. Dann würden wir Bilder von der Hochzeit der Person sehen. Kinder. Hohes Alter. Tod. Alle in logischer, linearer und chronologischer Reihenfolge. Da sich unser Universum entlang einer einzelnen Linie bewegt, die in der Vergangenheit beginnt, einen kurzen Aufenthalt in der Gegenwart macht und dann in der Zukunft endet. Kannst du mir folgen? Ja, natürlich kann ich dir folgen. Und jetzt stell dir vor, dass diese ganze Architektur an Halt verliert, einstürzt, zerfließt. Stell dir vor, etwas oder jemand hat die Grundlagen unseres Universums beeinflusst, die Regeln des Spiels geändert und damit für immer das Prinzip der Zeit vernichtet, das Konzept von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich glaube, ich komme nicht mehr mit, Chris. Dann lass mich mit dem Beispiel von den Fotos weitermachen. Stell dir nun vor, ein Coupier würde die Aufnahmen nehmen, die das Leben einer Person zusammenfassen. Sie mischen und dann in einem Stapel auf dem Kartentisch platzieren. Was hätten wir dann? Es gäbe keine chronologische Linie mehr, Michael. Es gäbe keine Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft mehr. Jeder einzelne Moment, der auf diesen Fotografien festgehalten wurde, würde nun gleichzeitig am genau selben Punkt stattfinden. Und diesen Punkt nennen wir den Punkt der Totensynchronizität. Genau. Unsere Welt lässt ihre alten physikalischen Regeln zurück und kommt dem Punkt der Totensynchronizität näher, an dem die Zeit nicht mehr existiert. Sodass alle Phänomene und Ereignisse, die im Universum geschehen sind oder geschehen werden, aufeinander gestapelt werden, wie die Fotografien im Deck des Coupiers. Das klingt verrückt. Kann man so einem Bericht vertrauen? Absolut, Michael. Der Punkt der Totensynchronizität ist ein Fakt. Und das Schlimmste ist, dass wir uns ihn schneller und schneller nähern. Es ist nur noch eine Frage von Tagen. Bestenfalls Wochen, bis das Universum endgültig in diesem neuen Zustand kollabiert. Die Zeit läuft ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und was hat das alles mit uns zu tun? Komm schon, verstehst du es immer noch nicht? Diese Veränderung der Architektur des Universums, diese Aufhebung der Zeit, ist der wahre Ursprung der großen Welle, der zerflossenen und der Geburt der neuen Welt. Ja. Genau, Chris. Ja, das habe ich alles genauso verstanden. Kann es sein, dass man gerade eine schreiende Katze gehört hat? Wenn ja, dann war das unsere. Vielleicht. Die wieder genervt davon ist, dass die Tür zu öffnen. Gut. Was dieser verdammte Punkt der Totensynchronizität eigentlich sein soll? Also die große Welle wurde durch die Annäherung an den Punkt der Totensynchronizität ausgelöst? Ja, Michael. Die große Welle war die erste Konsequenz der Annäherung unseres Universums an den Punkt der Totensynchronizität. Deswegen ist die Katastrophe überall auf dem Planeten zum selben Zeitpunkt eingetreten. Es war kein lokales Phänomen. Es hatte globale Ausmaße. Es war das erste klare und deutliche Zeichen dafür, dass etwas falsch lief. Und es hat Chaos und Leid in die Welt gebracht. Das hast du ja selbst gesehen, seit du aufgewacht bist. Okay. Und was zur Hölle haben die Zerflossenen mit all dem zu tun? Laut dem Bericht sind die Zerflossenen immer noch ein großes Rätsel. Es gibt wenig Informationen zu ihnen oder der Krankheit. Was wir wissen ist, dass es sich um Menschen handelt, die für die Annäherung an den Punkt der Totensynchronizität besonders empfindlich sind. Tragisch. Besonders empfindlich? Natürlich. Diese Verwandlung, diese radikale und allumfassende Veränderung der grundlegenden Struktur des Universums ist mit menschlichem Leben absolut unvereinbar. Wir sind dem Tod geweiht, Michael. Jeder einzelne von uns. Das ist ja schrecklich. Wie kannst du dir da so sicher sein? Wenn du logisch darüber nachdenkst, ist es offensichtlich. Unsere Körper sind das Ergebnis von hunderttausenden Jahren Evolution. Einer langsamen und beschwerlichen Anpassung an die Umgebung, das Universum und die Regeln der Physik. Wir nähern uns dem Punkt der Totensynchronizität, der Auslöschung der Zeit. Wir würden weitere hunderttausende Jahre brauchen, um uns an eine so drastische Veränderung anzupassen. Und was, denkst du, wird mit der menschlichen Rasse passieren, mit jedem Einzelnen von uns, wenn dieser Prozess vollendet ist? Unsere biologische Struktur würde in einen Schockzustand verfallen. Jede einzelne unserer Zellen würde so gewaltig und grundlegend verändert werden, dass unsere Körper als braune Pfütze enden. Der letzte Beweis dafür, dass wir jemals existiert haben. Wir werden zerfließen, genauso wie diese armen, kranken Leute. In der Tat. Laut dem Bericht sind die Zerflossenen einfach nur Pioniere. Menschen, die ihrer Zeit voraus sind. Die Vorhut der Menschheit auf dem Weg zu ihrer endgültigen Auslöschung. Deswegen sind einige Fälle schon so früh aufgetreten. Schon vor der großen Welle. Ihre biologische Struktur kam der gigantischen Explosion um Stunden oder gar Tage zuvor. Und deswegen nehmen die Fälle exponentiell zu. Je näher wir dem Ende kommen, verstehst du das? Wir werden am Ende alle zu Zerflossenen werden. Schöne Aussichten. Das ist doch mal schön. Dann können wir uns doch jetzt auch gleich sofort hier... Ich meine ja nur... Auch die Möglichkeit mit sich die Dinge zu ändern. Den Prozess umzukehren und zum Anfang zurückzukehren. Bevor unsere Welt zusammenbrach. Und wie soll das gehen? Indem man zum Kern der Anomalie vordringt. Das Herz der Toten-Synchronizität. Den Punkt, an dem die Zeit gerade erst beginnt sich zu falten. Bevor der Prozess abgeschlossen ist. Wenn man sich am Punkt der Toten-Synchronizität befindet, wo jeder Moment, der im Universum geschah oder hätte geschehen können, gleichzeitig existiert, warum sollte man dann nicht den Zugang zu dem Moment finden können, an dem jemand die Katastrophe ausgelöst hat und sie stoppen? Aber das ist doch völlig unglaublich. Redest du von Zeitreisen? Ja. Von der Möglichkeit, unsere Vergangenheit zu erreichen, um unsere Gegenwart zu retten. Und unsere Zukunft. Davon, die große Welle und die neue Welt in einen einfachen Albtraum zu verwandeln, der nie wirklich geschehen ist. Der Bericht spricht von der theoretischen Existenz eines solchen Zugangs zum Herz des Punktes der Toten-Synchronizität. Ein Zugang zu jedem Einzelnen der Momente der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Universums. Und wenn wir durch diesen Zugang die Möglichkeit hätten, den exakten Moment zu erreichen, in dem alles falsch zu laufen begann und wir so die Dinge ändern könnten, dann denke ich, sollten wir uns in der uns verbleibenden Zeit einzig und allein darauf konzentrieren. Aber ich muss den Bericht weiter studieren. Ich bin mir sicher, es finden sich darin noch mehr Antworten. Und du musst mir helfen. Du sagst, der Punkt der Toten-Synchronizität ist die Ursache des ganzen Chaos? Dass unsere einzige Chance auf Rettung eine hypothetische Zeitreise ist? Oder wir sonst alle vernichtet werden? Wie diese armen Zerflossenen? Das ist richtig, Michael. Daher sollten wir uns so schnell wie möglich an die Arbeit machen. Übrigens erwähnt der Bericht noch etwas anderes Interessantes über die Zerflossenen. Und was? Es scheint, als würden die Kranken bei ihren Visionen während ihrer Reisen zu den unterirdischen Straßen eine seltsame Beziehung zueinander aufbauen. Als würde die Krankheit sie vereinen, unabhängig von der Distanz in der physischen Welt, die sie trennen mag. Der Bericht ist zu diesem Punkt sehr schwammig, aber es scheint, als ob die Zerflossenen vereint sind, miteinander verbunden. Mein Gott. Das kann nicht sein. Hm. Erinnere dich, bitte. Erinnere dich. Jetzt passt alles zusammen. Alles ergibt Sinn. Bitte! Ausran! Blank, komm! Emily meinte, ich soll dir sagen, dass wir verbunden sind, Michael. Wir sind verbunden! Michael, was ist los? Chris, bereite einen Test vor. Schnell! Aber wofür? Du denkst doch nicht, dass du auch... Nun mach schon! Okay. Reich mir deine Hand. Der Test ist positiv. Michael, du bist krank. Du bist ein... zerflossener. Wir sind alle zerflossener, oder? Das kann nicht sein! Nein! Nein! Michael! Michael! Wach auf! Emily? Emily! Bist du das? Bitte, Michael. Wach auf! Wach auf! Bist du das wirklich? Oh! Wo bin ich? Ja, Michael. Ich bin es. Nun bist du hier. Auf den unterirdischen Straßen. Ihr wollt mich doch verarschen! Ja, Freunde. Wir spülten... Wir spülten... Der Synchronicity. Tomorrow comes today. Die Bakers of Crowdfunding-Campaign. Die Bakers of Crowdfunding-Campaign. Das will ich aber machen mit our dad. Okay, das Spiel war also ein Crowdfunding-Campaign. Diese Musik ist schlimm. Boah, ja. Alter Falter. Das Spiel kam 2015 raus. Dann... Ich sehe die Frage. Schaffen sie es, einen zweiten Teil zu machen? Und... German Translation. Und ganz im Ernst, ich hoffe es... So was von... Das ist ein zweiter Teil rauskommt, weil... Du kannst einen... Die können einen nicht so stehen lassen. Das... Darf nicht so sein. Und die Story finde ich wirklich super. Die Story finde ich 1A. Also... Nicht schlecht. Ich finde, es ist... Man könnte jetzt sagen, nee, das ist aber wieder ein Weltuntergangsszenario. Ja, natürlich ist das wieder. Du kannst halt nicht ständig immer wieder was komplett Neues machen. Aber die Art und Weise, wie es gemacht ist... Das ist das Geile. Und das muss ich ehrlich sagen, ich finde es richtig gut. Die... Diese Story mit den zerflossenen... Es ergibt... Auf eine... Es ergibt alles auf eine... Auf eine weirde Art und Weise. Auf eine strange Art und Weise. Halt Sinn. Ja, also es ist... Nachvollziehbar dargestellt. Und ich finde das ziemlich genial. Vor allem jetzt ist die Sache... Wir müssen... Ach guck mal, Misha. Da sieht man die Sprecher jetzt. Ich zeig drauf. Bringt euch nichts. Jetzt sind wir die Sprecher. Die Sprecher. Die Sprecher. Von den... Charactern. Da sieht man halt eine Older Brother Colin. Das sind mehrere Sprecher halt. Für die gleichen Rollen. Ist klar, ne? Und of course, thanks to much to our Bakers. Ja, die ganzen Crowdfinding-Unterstützer. Alter Fall. Da guckt euch das an. Wahnsinn. Und das ist gerade mal A. Ne, also... Das ist schon krass. Andrew... Andrew... Lucas... Andrew Funk... Andrew S... Andrew 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 Andrew... Anna F... Anna Marie... Anonymoose... Hehehe... Dark Chocolate... Antonio Santo... B... Beastly... Sly oder so, keine Ahnung... Bad... Belser... Beef Supreme... Beef Supreme ist gut... Bill Berg... Boris Kutzloff... Boss... Bozarup... Und jetzt kommt C... Cam Doe... Carlo... Caroline Martinet... Alles Leute, die diese... Die dieses Spiel unterstützt haben. Die Entwicklung. Und Leute... Es lohnt sich. Es lohnt sich, solche Spiele zu unterstützen. Ihr seht's ja. Das Spiel ist... Ich finde es saugmäßig toll. Es ist ein richtig, richtig schönes Spiel. Und ich bin froh, dass ich's per Zufall auf... Dass ich's per Zufall auf Steam gesehen hab. Und mir gedacht hab, das sieht... Interessant aus. Das holen wir uns jetzt. Wahnsinn. Echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Auch schön, dass es halt Deutsch... Dass es in mehreren Sprachen rausgekommen ist. Wahnsinn. Ja, und dann hoffe ich mal, dass es tatsächlich an Dead Synchronicity 2 geben wird. Damit wir rausfinden können, wie es weitergeht. Vor allem ist ja auch die Frage... Müssen... Ist es dann natürlich ein... Als Recht... Ein Wettlauf gegen die Zeit, ne? Wir müssen... Verhindern, dass das... Dass die große Welle passiert. Oder generell, dass dieser... Punkt eintritt. Und das müssen wir alles, bevor... Michael sich auflöst. Wahrscheinlich wird es da jetzt sein. Im zweiten Teil, wenn einer dann tatsächlich kommt. Dann wird's wahrscheinlich so sein, dass Michael sehr oft extreme Schmerzen haben wird. Weil... Halt... Haben sie ja alle extreme Schmerzen. Tja... Wahnsinn. Schöne Story. Und... Wie ich von Anfang an sagte... Es ist kein lustiges Spiel gewesen. Es ist vor allem auch ein sehr... Ich sag mal... Schockierendes Spiel. So wenn man... Vor allem wenn man sieht, wie... Colin sich auflöst. Das ist alles nicht so schön. Tja... Deswegen hoffe ich mal, dass... Intro... Und... Isaac... Boston... Und... James... Gold... Gould... Kingler... Und... Jason S... Und... Jeff Hattam... Und... Jenny Roos... Jeremy Kass... Und... Wer wie sie alle heißen... Das unterstützen, dass ein zweiter Teil kommt. Ich weiß nicht. Ich müsste mir mal... Müsste mal gucken. Im Internet müsste ich mich mal informieren. Ob ein zweiter Teil in Planung ist. Ich meine, ich hätte da mal was gesehen. Oder ob ein zweiter Teil bisher gescheitert ist, weil es keine... Unterstützung so gab. Oder weil das Geld nicht gereicht hat. Man weiß es ja nicht. Julie... Junkie wie Reiser. Ja... Wahnsinn. Ja, mir hat das Spiel jedenfalls sehr gefallen. Ich bin immer noch ein bisschen... Irritiert... Perplex... Äh... Ja... Tolles Spiel. Und ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Ich verabschiede mich jetzt, äh... Auf jeden Fall mal. Und, ähm... Werde noch die... Viel Menschen genießen... Das klingt... Das klingt richtig... Nein. Ich genieße noch die Ansicht dieser schönen Namen... Von den ganzen netten Menschen, die dieses tolle Projekt unterstützt haben. Und, äh... Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch noch tun. Und wenn nicht, dann... Schaut da vielleicht bei einem anderen Video rein. Wer weiß. Vielleicht ist es auch von mir. Hm. Pfff... Bis dahin, äh... Danke ich euch, der... Der oder die... Die ihr mich auf diesem Weg begleitet habt. Und... Vielleicht mich auf weiteren Wegen noch begleiten werden. Auf weiteren Spielen. Würde mich freuen. Und, ähm... Ja. Bis dahin. Macht's gut, liebe Freunde. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.